Mein Name ist Ralf Minnet, ich bin Pressesprecher beim Polizeipräsidium Karlsruhe. Am Dienstagmorgen kam es gegen 7.30 Uhr in Sternenfels in einer metallverarbeitenden Firma zu einem Gefahrgut austritt. Da ist eine chlorhaltige Mischung, die zur Reinigung und Fettlösung zum Einsatz kommt, an einer Maschine ausgetreten. Es sind insgesamt wohl 200 Liter ausgelaufen, die allerdings in einer Wanne auch aufgefangen werden konnten. Dabei wurden 9 Personen leicht und 4 wohl schwer verletzt. Sie kamen allesamt in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Versorgung. Man muss dazu erwähnen, dass diese schwer verletzten Personen wohl nicht in Lebensgefahr schweben. Da sind die Symptome, Hautreizungen, Augenreizungen und Atemwegsprobleme etwas deutlicher zutage getreten. Und sie werden da jetzt weiter untersucht. Insgesamt waren rund 50 Feuerwehrleute im Einsatz, darunter auch ein Gefahrgut-Trupp. Und von den Rettungsdiensten waren es wohl 35 Einsatzkräfte. Und von den Rettungsdiensten waren es wohl nicht in der Rettungsdienste.